Herzliche Gratulation, Mari Hörbiger. Ich bin schön klein, für mich passt es. Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Das ist auch eine schwerwiegende Auszeichnung. Ein Erbe, meine Damen und Herren, kann man ausschlagen, ich finde, ein Kulturerbe nicht. Es ist kein Geheimnis, dass ich seit Jahren Mitglied des Wiener Burgtheaters bin. Um begreifbar zu machen, was Kulturerbe bedeutet, möchte ich Ihnen gerne zehn Namen von früheren Mitgliedern des Burgtheater-Ensembles. Also Angehörigen dieser traditionreichen Burgtheater-Familie vorlesen. Paula Wessi, meine Großtante, die im März 1938 die Besiegelung der Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich zutiefst begrüßte und 1942 in dem antisemitischen Nazi-Propagandafilm Heimat die Hauptrolle spielte. Attila Rabiger, mein Großonkel, der im April 1938 erklärte, er und alle österreichischen Künstler seien stolz und froh, am neuen großdeutschen Werk mitarbeiten zu können und sich am 10. April einmütig zu unserem Frühjahr bekennen zu dürfen. Paul Hörbinger, mein Großvater, der im März 1938 ebenfalls dazu aufrief, bei der Volksabstimmung für den Anschluss zu stimmen und sich im letzten Kriegsjahr einer Widerstandsgruppe anschloss, wofür er von den Nazis zum Tode verurteilt wurde. Werner Krauss, der in seinem Nazi-Propagandafilm »Jud süß« gleich sechs verschiedene Juden als Zerwild und Fraze des Bösens verkörperte, sich von Goebbels zum stellvertretenden Präsidenten der Reichskammer machen ließ und 1952 mit dem großen Ehrungszeichen für Verdienste um die Republik Österreich geehrt wurde und 1954 den Ifland-Trink erhielt. Otto Hartmann, der als Nazi-Spitzel mindestens drei Widerstandsgruppen von Künstlern und Intellektuellen auffliegen ließ, von denen infolge seines Verrats 13 hingerichtet wurden, der nach dem Krieg wegen seiner Nazi-Verbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt und 1957 von Bundespräsident Scherf begnadigt wurde. Fritzi Strassny, der seit 1919 Burgtheater aus Rom gehörte und 1942 im KZ Theresienstadt ermordet wurde. Lili Karoli, die nach Auschwitz deportiert werden sollte, in letzter Sekunde nach Jugoslawien gehen konnte und bei ihrer Rückkehr 1946 im Burgtheater mit den Worten gegrüßt wurde, Jesus, was machst denn du da? Else Wohlgemuth, die 1938 emigrieren musste und 1946 bei ihrer ersten Vorstellung nach der Rückkehr phänetisch gefeiert wurde. Luther Müdl, den Josef Goebbels, von 1939 bis 1959 zum Burgtheaterdirektor machte und der 1951 Schauspieldirektor der städtischen Bibliothek Frankfurts wurde, bevor er 1955 als Regisseur an die Josefstadt zurückkehrte. Rosa Alvaretti und Wolfgang Alvaretti muss ich Ihnen nicht vorstellen. All das ist mein Erbe. Ihr Erbe. Unser Erbe. Wir können und dürfen uns dem nicht entziehen. Dieses Erbe bedeutet Verantwortung und Verpflichtung. Und diese Verpflichtung bedeutet, es reicht nicht, wenn wir sagen, wir dürfen nie vergessen. Wir müssen handeln. Wir müssen tätig sein. Wir müssen kämpfen. Jeden Tag und jeden Monat. Gerade heute. Gerade jetzt. Wir müssen uns aktiv und entschlossen, klar und wissend, gegen die Wänden, die Kultur und Erbe umzudeuten versuchen, gegen Rechtspopulisten, gegen Verschwörungstheoretiker, gegen Corona-Leugner, gegen Rassisten, gegen Chauvinisten, gegen Demagogen und Simplifizierer. Und wir müssen uns stark machen für Aufklärung. Toleranz, Vielfalt und Menschlichkeit. Eine Welt, die das Fremde nicht als Bedrohung, sondern als Selbstverständlichkeit sieht. Das, finde ich, ist die Verpflichtung, die gerade aus diesem Kulturerbe erwächst. Nehmen wir sie an. Sie, ich, wir alle, damit wir irgendwann mal 8 Millionen ÖsterreicherInnen des Jahres in der Kategorie Kulturerbe werden. Vielen Dank. Vielen Dank.